Moin moin und hallo zu Prison Architect und guten Morgen trifft es auf jeden Fall. Es ist 3 Uhr morgens, arschkalt, 5 Grad Celsius. Die Gefangenen frieren sich den Popo weg, denn es ist nicht so warm in diesem Zellenblock. Es stehen hier nämlich nur drei so Heizungsanlagen drin. Das könnte mehr sein. Mal gucken, ob wir ihnen da noch mehr gönnen, aber ich würde gerne demnächst jetzt erstmal hier, ich glaube unter Logistik ist das, freischalten, dass ich sehe, wie sich die Wärme ausbreitet. Ich glaube nämlich, da konnte man das dann sehen. Und dann schauen wir mal, ob das wirklich irgendwie schlecht ist für die Gefangenen oder halt nicht. So, was wollte ich jetzt machen als nächstes? An sich ist es jetzt mitten in der Nacht. Ich warte noch darauf, dass die Gärtenreihe sozusagen freigeschaltet wird. Dann kann ich hier diese Gefängnisinstandhaltung mir besorgen. So lange kann ich ja vielleicht hier den großen Zellentrakt noch ein bisschen ausbauen. Das kann eigentlich nicht schaden. Kostet ein bisschen Kohle. Aber mein Gott, wir haben es ja, ne? So schaut es nämlich aus. So, dann baut mal, Jungs, baut mal. Was gibt es noch zu tun? Gucken mal nach, was wir hier noch so haben. Grants. So, was gibt es hier? Prison Maintenance läuft. So, wir können dann Education machen. Das Ding ist aber fies, weil das kostet erstmal, das bringt erstmal nicht so viel Geld vorab. Man kriegt dann sehr viel als Bonus hinterher, wenn man es schafft. Aber dafür muss man halt auch erstmal, und das ist nicht das Problem mit dem Bauen des Klassenraums, sondern das Problem ist jetzt erstmal, zehn Gefangene den grundlegenden Bildungskurs da irgendwie durchstehen zu lassen. Und einer muss sogar den Hauptschulabschluss schaffen quasi. Das finde ich dann doch relativ hardcore, weil ich mir gut vorstellen kann, dass das einfach sehr lange dauert, bis da mal genug Gefangene durchgelaufen sind, dass das klappt. Wir könnten hier noch so ein Research, also so eine Studie durchführen. Dafür müssen wir aber die Ernährungsgewohnheiten umstellen, und zwar massiv. Das könnte zu einigem Unbehagen bei den Gefangenen führen. Also einerseits müssen wir an einem Tag, zwei Tage hintereinander, drei hochwertige Mahlzeiten liefern. Das ist, glaube ich, ganz gut, da freut sich jeder. Alle Gefangenen finden es geil. Und dann müssen wir aber auch dieselbe Zeit, also zwei Tage, nur eine Mahlzeit am Tag liefern von einem Scheißessen. Und das könnte dann zu Aufständen führen. Da habe ich nicht so Bock drauf, ehrlich gesagt. Deswegen würde ich jetzt vorschlagen, wir machen jetzt erstmal hier dieses Security-Ding, Regierungs-Sicherheitsbewertung. Da müssen wir nämlich nur Hunde und bewaffnete Wachen ins Gefängnis bringen. Und da schlage ich vor, gehen wir doch jetzt mal an. So, und zwar, wobei erstmal baue ich hier vielleicht den Zellentrakt zu Ende. Vielleicht noch so zwei, drei Zellen fertig kriegen, dann kann ich morgen gleich noch neue Leute aufnehmen. Und das wiederum bringt mir dann Geld. Und Geld mag ich. So, na, hier erstmal die Mauer wegreißen, die brauchen wir nicht mehr. Ähm, so, aber hier brauchen wir jede Menge Mauern. Und jetzt habe ich auch das Geld, um mir das hier problemlos alles schön leisten zu können. So, da kommt dann die Dusche rein. Ähm, hier kommen jetzt noch mehr Zellen. Zelle, noch eine Zelle, lecker Zelle, Zellteilung brauchen wir nicht. Wir können die Zellen einfach direkt bauen. So, dann brauchen wir Zellentüren überall. Zelle, Zelle, hier noch, da noch, dort noch, das noch. Wunderbar. Ähm, hier habe ich die Wand eigentlich weiter zusammengebaut. Macht ja auch mehr Sinn. Dann brauchen wir nur einen Abfluss hier in der Mitte. Dann noch ein paar Duschköbbe. Ups. Dann ist da, sind da die, äh, die, ist da die Infrastruktur auch noch ein bisschen geiler ausgebaut. Ähm. Dann würde ich sagen, machen wir mal hier die Türe kaputt. Und, der hat hier alles vollgekotzt. Was ist mit dir los, Alter? Spinnst du wohl, Chris Lohm? Ich kotze hier die Zelle voll, die ich dir, äh, großzügigerweise zur Verfügung gestellt habe. Die hast du zu ehren und zu beschützen, die Zelle. Also, ich glaube, es hackt. Ähm, eine Toilette brauchen wir noch. Toilette. Toilette. Kostet nämlich auch schon wieder lockere 10.000 Dollar, um hier so einen Zellenblock fertigzustellen. Aber, ein Teil davon kriege ich ja dann zurück, wenn jetzt hier neue Gefangene einziehen. Können wir direkt hier die Zellen ausweisen. Zack. 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 Das sind schon mal sieben Stück. Und hier oben kommen auch noch mal sieben. Das macht 14 Zellen. Das könnte, glaube ich, recht, äh, ordentliches Geld bringen. So, dann machen wir diesmal nicht den Fehler, dass die Dusche wieder nicht ausgewiesen ist. Die wird von vornherein gleich ausgewiesen. Und dann müssen wir noch die Utilities verlegen. Dann kriege ich hier noch Strom bis zum Ende. Und das Wasserrohr, das läuft hier entlang. Geht dann hier hoch wieder. Trifft da das Hauptrohr, die Hauptleitung. Ähm, und hier wird auch noch alles berührt davon. Damit wir da entsprechend genügend Wasserdruck haben. So, sehr schön. Hier unten im unteren Teil des Gefängnisses habe ich noch kein warmes Wasser. Das werde ich demnächst mich dann auch mal kümmern. Ähm, die Gefangenen hier freuen sich. Die haben warmes Wasser zum Duschen. Die unten nicht. Das ist halt der Scheißzellenblock. Für die armen Schweine. Und hier sehe ich gerade, fehlt es auch noch an elektrischen Strom. Für den Metalldetektor, der Einzelhaft. Ähm, warum habe ich eigentlich nur so wenig Einzelzellen? Das, achso, weil ich nicht genug Geld wahrscheinlich hatte für Türen. Einzelhaft-Türen sind ja auch recht teuer. Die werde ich aber jetzt trotzdem einfach mal hier noch bauen, weil dann habe ich, ähm, mehr Chancen, um die Gefangenen zu bestrafen. Und wenn ich etwas gerne mache, dann jemanden bestrafen. Hahaha. Oh ja. Ähm, ja. Dann haben wir das fertig. Äh, hatte ich da schon Wasser gelegt? Natürlich nicht. Wäre ja auch zu schön, wenn hier schon mal irgendwas fertig wäre. Super. Ähm, Warmwasser. Haben wir irgendwo in der Nähe Warmwasser? Hier haben wir Warmwasser. Das kommt aber nicht an. Ich brauche also einen Wasserboiler. Und dieser Wasserboiler, der könnte ja... Ich habe leider keinen hier so Nebenraum oder sowas mehr. Aber was sagt denn... Wer sagt denn, dass der nicht hier in der Dusche stehen kann? Ich meine, das ist eine Dusche. Duschraum, da kann auch ein Boiler drin stehen. Wir hatten früher in jedem Badenzimmer einen Boiler. Bis es dann so Zentralwasserbeheizung gab und Boiler im Keller und sowas. So, hier gibt es jetzt fett Essen, Alter. Was ist mit euch los? Die hätten gern Entertainment, oder? Kann das sein? Die hätten gern alles. Ach du Scheiße. Ähm, ja. Das ist natürlich... Fiso. So, jetzt holt ihr euch erstmal Essen. Und dann reden wir über alles andere, ne? Wieso ist eigentlich Sleep so schlecht? Und wieso? Was ist hier unten? Äh... Blockt? Wieso? Aber das funktioniert ja auch alles. Wieso ist das hier alles rot? Erzähl mir doch nichts. So, weil hier gerade voll der Aufstand ist, oder was? Haha, ist ja geil. Was ist denn da passiert? Habe ich irgendwie nicht mitbekommen. Warte mal. Dann machen wir hier mal, äh... Durchsuchen wir mal den Zellenblock. Ähm, ich brauche mal mehr Wachen. Ich stelle mal noch einen ein, der hier einfach direkt mithilft. Vielleicht stelle ich auch zwei ein. Also noch zwei weitere. Das habe ich ja gar nicht mitbekommen, was hier abgegangen ist. Alter Falter. Was ist denn hier los? Ähm, so, jetzt müssen wir noch... Prisoner Intake. Fill to Capacity. Da kriege ich nochmal 800 Dollar rein. Weil schon, äh... Achso, sind zwei tot, oder was? Ne, ich habe zwei neue Zellen. Die sind nur bewusstlos. Das ist alles gut. Aber hier gab es einen richtigen Aufstand, oder was? Finde ich ja nicht so gut. Uiuiui. Guckt euch das mal an. Ich wüsste gern, was hier passiert ist. Sind die einfach nur gestresst gewesen, oder was ist da los? Aber keine Ahnung. Vielleicht liegt es auch daran, dass hier unten halt wirklich nicht warm ist in dem Block. Kann mal bitte mein Report-Ding aufgehen? Ne, ne? Och Mann. Wieso geht das nicht? Hm. Ach, jetzt. Danke dafür. Äh, Warmth. Ja, Warmth ist für die Hälfte der Gefangenen halt echt scheiße, ne? Gut, dann... Ähm, bauen wir hier halt auch noch einen Wasserboiler ein. Und... kümmern uns darum, dass hier warmes Wasser hinkommt. Und dann... Äh, dann können wir zumindest das Problem schon mal lösen. Dann bauen wir hier noch... Ähm, Heizungen ein. So. Genau. Hier noch eine. Hier noch eine. Dann ist das so halbwegs gleichmäßig verteilt. Jetzt müssen wir nur noch das heiße Wasser da auch hinführen. Da wurden gerade Drogen gefunden bei jemandem. Das ist nicht so schön. Das hier soll doch ein drogenfreies Gefängnis sein. Ich weiß, dass es sowas, äh, bestimmt gibt irgendwo auf der Welt. Drogenfreies Gefängnis. Ist natürlich eine feine Sache. So, dann bauen wir noch einen Boiler hier oben hin. Und dann hoffen wir einfach mal, dass das jetzt halbwegs funzellioniert. Ähm, genau. So, die Gefangenen sind halbwegs gefüttert. Wobei, es ginge besser. Es ginge noch etwas besser. Hm. Ja, Wärme kümmere ich mich drum. Fenster habe ich noch nicht eingebaut hier unten. Das können wir auch noch machen. Also ich meine, erst mal müssen die Zellen fertig werden. Aber man kann ihnen ja auch noch Fenster geben. So, dann habe ich jetzt erst mal wieder meine Gefangenenkapazität, äh, deutlich erhöht. Dann ist es auch nicht mehr weit bis 100, was, glaube ich, die nächste Stufe sein dürfte dann. Ähm, wieso kommen die hier nicht klar? Ach so, weil das hier schon wieder, hier funktioniert ja schon wieder gar nichts. Mit dem Strom. So, dann machen wir hier noch. Dann müssen wir hier noch, äh, die Warmwasserleitung legen. So, dann ist das verbunden miteinander. Dann ist auch im Gemeinschaftsraum hier Warmwasser. Ich hatte doch noch die Möglichkeit, ah, wieso öffnet das denn nicht? Was ist denn mit dem Reports-Ding? Irgendwie geht das nicht auf. Ich drücke hier drauf. Report! Report to me, please! Jetzt. Ich konnte doch hier noch so ein Programm starten, und zwar eine Alkoholgruppentherapie. Und Drug Addiction. Was habe ich hier? Let by a doctor in a infirmary. Das würde ich jetzt mal machen. No Regime, Timeslot. Ach so, da muss ich jetzt in der Regime mal, ähm, ein bisschen was freiräumen. Sie haben ja hier mittags. Da ist man eh müde. Da kann man sich auch mal ein bisschen Gesülze vom Onkel Doktor anhören. Machen wir mal da äh, einen Timeslot dafür. Braucht man nur eine Stunde, oder? So. Dann haben wir da einen Timeslot. Behavioural Therapy. Das ist wahrscheinlich so für Aggressionstherapie, oder was? Genau. Um die gefährliche Gewaltbereitschaft zu senken. Dauert zwei Stunden. Und dafür brauchen wir ähm, ein Office vom Psychologen. Äh, äh, aber das ist ja scheiße, weil das ist ja dann hier im Office des Psychologen. Da muss ich ja da auch noch Wachen abstellen. Dann mache ich das jetzt erstmal nicht. Das ist hier nämlich, äh, die Alkohol, anonymen Alkoholikergruppe beim Psychologen im Gemeinschaftsraum. Das können wir aber machen, wie All Rooms Booked. Was ist denn schon im Gemeinschaftsraum? W-w-w-wieso? Der Gemeinschaftsraum ist doch gar nicht... Ist doch gar nicht gebucht. Oh, was ist hier? Oh, guck mal. Da schauen sie Fernsehen. Das ist ja toll. Ähm, aber wirklich mal. Wieso ist der gebucht, der Raum? Verstehe ich nicht. Achso, Behavioural Therapy. Ne, Alkohol so. Also, Psychologe im Gemeinschaftsraum. Zwei Stunden. Achso, guck mal. Aber dann müsste es doch eigentlich heißen, dass wir nicht genug Zeit im Regime eingeplant haben. Also im, äh, Tagesplan. Ähm, jetzt müsste es aber gehen. Ja. So, Nachmittags von zwei bis, äh, zwei bis vier ist halt hier Action. Cool. Haben wir das? Ähm, einen Gärtner kann ich mittlerweile einstellen. Das sollte ich mal machen. Dann sieht es hier nämlich auch gleich wieder ein bisschen hübscher aus. Und der kümmert sich. Sehr schön. Ich habe meine 5000 Dollar bekommen. Und das ist doch alles sehr schön. Sehr, sehr schön. Äh, ich finde es gut, wie immer noch Leute hier in die Dusche rennen. In der, in der, äh, Holding Cell. In der Gemeinschaftszelle. Wo wir ja eigentlich mittlerweile doch Duschen auch in den Zellenblöcken haben. Aber irgendwie so richtig vorangehen tut es hier, tut es hier auch nicht. Weil hier ja auch wieder kein, äh, Wache zugewiesen ist. Was soll denn das? Spinnt wohl. Wieso sind denn hier, hier gehören vier Wachen rein. Das ist ein riesen Zellenblock. Wenn da oben drei drin sind, dann gehören hier wohl vier rein. Ähm, genau. Der Common Room sollte natürlich auch eine Wache bekommen. Der Gemeinschaftsraum. Das halte ich für relativ sinnvoll. Und im Hof kann auch noch einer hin. Dann würde ich sagen, stelle ich nochmal einen zusätzlich ein. So. Wenn jetzt hier jemand, äh, assigned ist, ähm, also zugewiesen ist, äh, sogar mehrere Wachen hier aufzupassen, dann können die auch immer die Tür öffnen. Ähm, das ist dann, glaube ich, ganz sinnvoll. So, die können jetzt hier schön schnell schrauben. Dann kriegen wir hier auch noch warm Wasser. Ja, der hat's bald. Ach, das braucht noch Strom, ne. Das vergesse ich gerne mal. Ähm, so. Reicht das, wenn ich das so da drunter verlege? Kann man hier den Strom auch noch verlegen. Da kommt noch eine neue Heizung, genau. Was hier auch wieder an, äh, Stacks, an Pipes liegt. Ist auch schon wieder der Wahnsinn. Weil hier auch der Storage-Platz schon wieder fast voll ist. Gut, das können wir ja auch mal entsprechend erweitern. Wo war denn nochmal Storage? Hier. Können wir ja auch einfach mal durchziehen bis hier. Das ist jetzt Storage. Das ist Delivery. Passt. Ähm, hoffentlich. Dann können die Sachen auch mal wieder abtransportiert werden hier. Äh, wir haben schon wieder vier neue Zellen fertig. Bald sind's dann fünf. Fünf neue Zellen fertig. Super. Bringt mir doch ein bisschen Geld. Aber schöner wäre jetzt, oh, guck mal hier, das funktioniert der Boiler. Das ist gut. Das heißt, wir haben Wärme und wir haben all das. Was ist jetzt eigentlich Logistik? Ich will das jetzt mal freischalten. Das ist, äh, Gefängnisarbeit. Kosten Tausender. Werde ich direkt mir mal holen. Ähm, Anlöchsen Armory Room. Genau. Das muss ich auch freischalten, wenn ich Hunde und so haben möchte. Ich fange jetzt mal mit bewaffneten Wachen an. Das muss ich ja beides dann freischalten, auch die Hunde noch. Das dauert alles seine Zeit, deswegen klicke ich das jetzt schon mal an. Dann spüren wir noch mal kurz. Gucken noch mal zu, wie es jetzt hier bergauf geht, hoffentlich, mit unserem Gefängnis. Ja, das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Ich meine, es ist immer nachts alles richtig scheiße, aber tagsüber geht es den Leuten eigentlich besser. Ähm, Essen ist schon wieder relativ schlecht, weil sie ja immer den ganzen Tag sozusagen nichts kriegen. Mittags gibt es ja kein Essen, aber dafür, ähm, gibt es ja jetzt schon 17, 18 Uhr wieder Futter. Ich glaube, ja, hier um 17 Uhr, also in einer Stunde. Das ist, funktioniert einwandfrei. Ein bisschen Mittagsschlafzeit könnte man ihnen vielleicht gönnen, aber ich meine, wir sind ja hier nicht im Kindergarten, wir sind im Gefängnis. Gefängnis ist kein Ponyhof. So, das einzige, was noch scheiße ist, ist hier unten alles, vor allen Dingen die Klamotten. Äh, aber wir haben ja noch keine Wäscherei. Das kommt, denke ich mal, noch. So, für die morgige Gefängnisaufnahme um 8 Uhr früh kann ich dann schon wieder hier, äh, jetzt 9 neue Gefangene aufnehmen. Ähm, das sind dann, äh, am Ende sogar 12. Bringt ordentlich Geld, die Duschen werden dann hier auch fertig. Ich bin recht zufrieden mit der ganzen Sache. Und wie sieht's aus mit den Programmen, die ich hier gestartet habe? Die laufen noch. Ähm, die Alkoholtherapie ist irgendwie, die lief gerade. Genau, die ist vorbei. Da zeigt er mir jetzt nicht an, ob's da irgendeinen Erfolg gab oder sowas. Und, äh, auch bei dem, bei der Drogenabhängigkeit. Keine Ahnung, ob's das gebracht hat. Wir beobachten das mal vielleicht dann morgen, wie viele Leute da teilnehmen und ob das irgendwie denen was bringt. Und bevor hier der Strom wieder ausfällt, weil der sieht nämlich schon wieder richtig scheiße aus, baue ich, denke ich mal, seh ich nur gerade, baue ich, denke ich mal, hier noch zwei Speicher hin. Zwei dicke Akkus, damit das alles besser läuft. So, ihr kriegt jetzt Futter. Gucken wir noch mal kurz, was hier, wie sich das dann verbessert. Da, jetzt, äh, füllt sich das. Sprich, die Gefangenen holen sich Essen. Können sich hier hinsetzen an ihre Tische und dann geht nämlich auch der Wunsch nach Essen runter. So, langsam hab ich das Gefühl, dieses Gefängnis funktioniert halbwegs. Ich mein, vorhin gab's eine Riesenschlägerei in der Dusche in Zellenblock B, aber den hab ich ja unter Kontrolle gebracht, ohne Tote, möchte ich dazu sagen. Also, ein großer Erfolg. Jetzt werden sie langsam alle müde, können aber auch demnächst in ihre Zellen und dann, ähm, geht's ab in die Haier. Müssen noch, äh, hinkriegen, dass die dann nicht, ah, da oben ist auch noch, fehlt auch noch der Strom, dass die dann nicht immer schon 19 Uhr schlafen, weil sie dann, wie kleine Kinder, natürlich die ganze Nacht wach sind. Ähm, jetzt hier nach dem Dings würde ich sagen, sollten sie vielleicht nochmal in den Hof gehen, dann können sie nämlich frühestens um neun schlafen gehen. Ja, dann haben sie davor nochmal freie Zeit, aber können, ähm, können noch nicht schlafen gehen, das ist doch ganz gut. So, ich bin recht zufrieden, wir machen ein Päuschen und, äh, beim nächsten Mal baue ich dann eine, äh, ein, wie heißt das, ein Waffenlager, ein, ähm, Armory, wie nennt man das denn? Ja, also, ein Waffenraum und dann ist der Strom nämlich auch weg. Ist ja geil. So, aber das, die wurden doch jetzt hier gebaut, oder was? Verstehe ich nicht. Wie, was ist denn jetzt das Problem? Aber, 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 brauche ich noch einen mehr? Hm, das ist ja, ist ja schon wieder ein, äh, tragisches Versagen, was ich hier an den Tag lege. Es sollte doch an sich funktionieren. So, jetzt funktioniert's. Aber ich hab doch hier schon zwei neue Akkus gebaut. Ich frag mich, was das soll. Naja, gut. Äh, nächstes Mal gibt's dann, ähm, gibt's dann eben alles weitere mit schwer bewaffneten, äh, Wächtern und Hunden und, das, äh, und neuen Gefangenen natürlich. Aber die kommen erst in knapp zwölf Stunden. Also, bis dahin lass ich mal ein bisschen vorspulen. Wir sehen uns morgen wieder, beziehungsweise, wenn die nächste Folge kommt. Macht's gut. Tschüss. 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 Vielen Dank.